Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einer neuen Challenge und zu gewinnen gibt es bei der Challenge einen neuen Spaulding Tag Soft Gold. Nicht den hier, der liegt zu Hause, nie gelagel neu, nie benutzt und den gibt es für denjenigen, der die Combo hier schafft. Ich mache es jetzt mal vor. Eine 7-Move-Kombo, wenn ich mich nicht verzählt habe, muss ich später nochmal gucken. Ja, einfach probieren, üben. Ich haue die ganzen Links unten nochmal in die Beschreibung rein, für jeden einzelnen Move zum Üben. Wichtig ist, dass derjenige, der es schafft, auch aus Deutschland kommt. Ihr müsst es selber machen, nicht jemand, nicht hier ein Freund von euch oder so, der in Japan wohnt oder was weiß ich und dann den das machen lassen. Es geht mir schon darum, dass ihr es selber macht, Spaß daran habt zu üben, Tricks und so. Also ja, wäre am coolsten wenn es halt jemand von den Leuten schafft oder macht, der wo hier immer kommentiert und Spaß am Dribbeln hat. Macht es, probiert es aus, geht es echt in sich. Ich schaffte nur mit Übung, mit richtig gutem Ballhandling. Aber ja, einfach probieren. Ansonsten Abo dalassen, Feedback geben, alles weiter in die Kommentare. Ich sage vielen Dank, euer Mr. Mike. Ich bin Macedon. Los Rockets hier in drei Minuten dringend zum Club mit dem Schlossern wieder fais. Ich hoffe, ihr habt uns da. Helle es frise. Untertitelung des ZDF, 2020